Ja hallo und herzlich willkommen zurück bei Star Wars The Old Republic. Wir sind gerade hier vor dem Wrack der Enderspire und ich hatte vor eigentlich rein zu gehen und den Typ da zu lassen. Gucken. Ja, ein bisschen aufräumen könntest du auch mal wieder hier in deiner Bude. Sieht ein bisschen aus wie eine Hightech-Hobbethöhle. So. Zopp. Ich schon. Schildress schickt uns. Habt ihr Ärger? Ein Moment. Alles klar, Leute. Und wir haben noch Unterstützung von der Basis bekommen. Das ist alles, was von unserem Forschungsteam übrig ist. Die anderen gerieten in einen Hinterhalt. Diese Plünderer haben geahnt, dass wir hinter was Gutem hier waren. Wir müssen sie lange genug aufhalten, damit das Forschungsteam die Daten finden und herunterladen kann. Jo. Ohne Mali, Dutta. Und Mischka. Gabba no Kase meh. Lichtschwerter nach vorne. Jeder, der einen Blaster hat, zur Tür und die Forscher schützen. Es ehrt mich, mit den Jedi kämpfen zu dürfen. Okay. Die Daten haben oberste Priorität. Alle ins Schiff. Los! Okay. Ich will auch vorne mit hin. Gibt's dir mal ein Lichtschwert? Du? Ja? Ich will ein Lichtschwert! Nein. Tricks, jetzt. Warum nicht? Hau ich halt so drauf. War ja gar nichts hier. Das ist ja schlecht. Hier. Guck mal hier. Hier. Einfach. Die Konsole. Guck mal hier. Aber stammt. Sah cool aus, wie du da gerade den Weg gesichert hast. Ja. Richtig. Gibt's auch gesehen. Mach doch wenig mal was vernünftiges. Cool. Gut. Weiter geht's. Oh. Sind das unsere? Ja, das sind unsere. Okay. Dann hier. Durch den kleinen Bogengang. Der Weg ist ja überhaupt nicht lang. So. Nächster Hinterhalt. Für sie. Immer diese Hinterhalte. Wenn die nicht alle mal auf einmal kommen. Genau. Hier. Das kleiner bisschen Zeug kann man so wegmatschen. So. Und. Diese Schwächlinge. So, jetzt darfst du. Tu mal. Hast fein gemacht. Ja, hab ich auch. Naja, muss ich ja sagen. Das weint da wieder. So. Guck. Geh mal weiter. Hier runter. Hier runter. Und hinten ist ja eigentlich schon das Ziel fast. Perfekt. Ich komme bestimmt gleich nochmal in den Hinterhalt. Natürlich. So. Hopp. Hopp. Okay, dann verteidigen wir mal unsere Leute. Um. Jetzt warten wir auf die zweite Welle. Die kommt von da. War ja schwer. Ja, ja. Naja, wie gesagt. Wir sind auch zu zweit. Ist was anderes. Und wir sind eine ganze Ecke höher als normalerweise. So, da kommt der Dicke. Der Draht ziert. Jawohl. Oh, der ist schon wieder etwas stärker. Naja. Sollte auch sein. Wenn er alleine da ist, ne? So. Die kann eigentlich keiner gebrauchen haben. Gut, ich nehme sie ja trotzdem mit. Ich nehme sie auch mit. Na, du nimmst sie mit. Ja. Oh, hier machen wir mal mehr reden. Achso, ja, genau. Wollte gerade sagen, ich wollte schon wieder rausgehen. Irgendwas war doch noch. So. Geschafft. Wärt er nur ein bisschen später gekommen. Wären das jetzt unsere verkohlten Leichen. So viel ist sicher. Leider sind wir noch nicht fertig, bis die Daten von diesem Wrack in den Händen von Commander Wiki sind. Na, so ja. Ich reiche es an Commander Wiki weiter. Genau. Wir haben alle wichtigen Informationen gefunden. Wenn ihr das an den Außenposten weitergebt, halte ich die Plünderer fern, bis Verstärkung eintrifft. Alles klar, dann bringen wir noch schnell die, ja, Dinger zum Außenposten kriegen wir hin. Da hinten steht noch ein blinderer Prügler. Siehst du den auch? Der würde wohl Waki sein, der ist, der ist eigentlich tot. Der ist, der ist stehend gestorben. Den Mund hat er auch noch offen. Ja, aber tot. Ja. Er ist von mir eingefroren worden. Und dabei gestorben, bestimmt. Armer Kerl. So, da vorne ist natürlich noch eine kleine Aufgabe für uns. Wo kommt der denn her? Der, der ist, äh, zur Party eingeladen. Ich hatte ihn eingeladen. Achso. Okay. Sollte ich das nicht? Nee, solltest du nicht. So, der hat nämlich aber was Schönes getroppt. Leichte Rüstung. Das kann die Kira sogar gebrauchen. Siehste. War das nicht nett von mir, dass ich den eingeladen habe? So. Du musst Kira aber auch gleich mal anziehen noch. So, jetzt sieht Kira auch wieder besser aus. Ja, genau. Jetzt müssen wir nur noch für dich eine Tüte für den Kopf finden. Und dann, äh... Ist alles noch neu, oder was? Genau. Dann kann man das Let's Play vielleicht auch noch mal gerade so mal anschauen, ne? Ja, genau. Bleib mal stehen. Wir haben da eine Schnecke gesehen. Sieht wirklich gut aus, das Teil. Ja, gefällt mir. Gut, weiter geht's. Ist okay. Äh, was liegt hier noch an? Achso, noch ein paar Piraten besiegen. Ja, das kriegen wir natürlich auch noch hin. Wenn wir schon mal hier sind. Bom, 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 bom. Droidenschläger. Erfolg abgeschlossen. Wum. Wieder ein Verfolger. Ja, hihi. Ja, ich denke schon. Oh, da liegt ein noch. Einen noch müssen wir. Einen brauche ich noch. Na, dann hau mal schon. Ich stammel inzwischen hier. Hier hinten ist es auch noch was Grünes. Das haben wir ganz vergessen. Brauchen wir zwar nicht unbedingt. Mal schauen. Zielgenauigkeit, Ausdauer, aber weiter nicht so besonders. So. Hm, ich nehm's mal. So. So, achso, jetzt brauchen wir nochmal 30. Na gut, dann machen wir halt noch 30. Nee, brauchen wir auch nicht. Die können wir auch halt selber was lassen. Ja, eigentlich wollten wir da immer die große Bonus-Quest wollten wir da immer machen. Und da das ja eine große ist. Ich weiß nicht, vielleicht kriegen wir es jetzt so noch voll, aber unbedingt drauf hinarbeiten würde ich jetzt nicht. Wir haben hier neben die XP. Zack. So, hier hinten ist auch noch irgendwo was. Das sammle ich alles. Hier liegt ein Haufen Zeug rum. Das kann man alles sammeln. Na gut. Ist ja auch die Enderspyer in der Nähe abgestürzt. Da liegt halt ein Haufen Schreit. Oh, dich heilt jemand. Das war nicht mal ich. Guck mal. Oh. Da muss ich mal Danke schlagen. Kann ich noch sagen? Danke. Danke. Sagt Danke. Ja. Danke, Anke. Danke für diesen schönen Tag. Danke. Nicht? Dass du aufhörst zu singen. Okay. Hier ist im Bundesministerium sowieso drin. Das ist schon ein Ordnung, aber wenn wir uns das jetzt extra machen sollen, oder? Herr Jengi. Ja. Nee, das ist schon wieder andere, glaube ich, oder? Ach nee, nee, die sind hier drin. So. Ich glaube, Artoran braucht die auch. Wollen wir den mal Gruppe nehmen? Naja, gut. Nee, nee. Zu lange brauchen wir ja sowieso nicht mehr. Wir kriegen Aufnahme. Ah ja, stimmt, genau, genau. Wir beenden hier drin ja die Aufnahme. Deswegen. Wird feuchtig so wohl werden. Erzählt ja nix. Ansonsten. Ansonsten natürlich gern, aber so ist es natürlich jetzt. Wie gesagt, so lange machen wir ja jetzt auch nicht mehr. Vorher sind wir das für heute. Wie lassen wir mal, da sind seine. Ach so. Oh, okay. Mist. Ach, ich darf einfach alles weghauen. Lalalala. Wir schmetterten alles nieder. Da springen die auf und nieder oder so ähnlich. So, ich hole mir da oben die. Ja, flop. Wir haben ja auch ein bisschen Spaß haben hier. Welches Level ist der Typ hier eigentlich? Hier der... Ähm, hab nicht geguckt. Verstands klar. 19 ist der. Ähm, 7 Ausdauer, 15 Willenskraft. Hier. Hier drüben sind auch noch ein paar. Wenn wir schon mal dabei sind, kann man auch noch ordentlich aufräumen hier. So. Jawoll. Flupp. Kommst du? In dem Sinne von einer Scheibe. Ja, ja, bin unterwegs. Ich bin hinter dir. Müsst du eigentlich richtig? Sind wir nicht eigentlich falsch? Nee, ne? Falsch. Ähm, doch. Wir können auch hier hinter. Wir müssen auch hier hinter. Doch, da, da passt schon. Müssen wir hier eigentlich machen? Ja, wir brauchen hier ja noch die Piratenmedizin. Das sehe ich gar nicht hier irgendwie auf der Karte. Ach doch, dort hinten. Piratenmedizin, okay. So. Hier haben wir quasi in diesem, ja... im Bunker hier haben wir ein paar Quests mehr. Nicht nur eine. Arthoron ist da unten auch schon wieder fleißig. Oh, da ist auch noch einer. Oder der Bohnen. Oder der Bohnen. Hallo. Hi. Tschuldigung, musst du sein. Bittel tanzen. So, hier hinten. Komm her, mein Du. Diesen Dialog schaffen wir bestimmt noch. Ja, ich drehe gerade ein bisschen auf den Kranken herum. Entschuldigung. Das war wieder typisch. 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 Wartet. Als ich das mit dem Ausrauben sagte, da meinte ich, dass wir nicht viel Geld haben. Das ist wahr. Die meisten unserer Leute sind von der Rackgulseuche befallen. Wenn ich ihnen nicht ihr Serum gebe, sind wir nur noch von Schuppenpanzern und Krallen umgeben. Ähm. Ihr seid doch Arzt. Synthetisiert eben Neues. Womit denn? Mit einem akademischen Grad von Trandosha? Mit hochmoderner Technik? Ich habe nur was wir finden und wir finden nicht viel. Der einzige Ort, wo noch etwas sein könnte, sind die Ruinen vom Dynamitgrund. Das war so eine Art Rackgulstadt. Wenn ihr das Serum wollt, holt es euch dort. Aber lasst uns in Ruhe. Hm. Warum ist jetzt bei mir das Serum sofort nicht verfügbar? Hoffentlich werde ich das nicht bereuen. Ich habe keine Ahnung. War das bei dir verfügbar? Ja. Bei mir nicht. Vielleicht weil ich Holo bin. Das ist möglich. Du kannst schlecht drohen, wenn du nur ein Hologramm bist. Möglich. Unter Umständen. Aber auf jeden Fall war das solche Geschichten. Ach, vielleicht kannst du es auch nicht annehmen, weil du, was weiß ich, hast du nicht. Hast du irgendwas an, was der Hell plus 1 ist und was du dann eventuell verlieren würdest? Ich bin ja nicht mal Hell plus 1. Ach so. Hm. Weil ich bin, keine Ahnung, ich bin Ausrichtung 550, ne? Ich, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das hatte ich ohnehin, dass ich nirgendwas nicht anzeigen konnte. Ja, ich bin auf einem, ja, auf dem guten Weg. Auf dem guten Weg, genau. Auf der hellen Seite der Macht. Genau, richtig. Noch. Keine Ahnung. Ich kann es dir leider nicht sagen. Wenn es jemand weiß von den Zuschauern, ja, schreibt es mal in die Kommentare. Ansonsten, ja, müssen wir halt raten. Du durfte nicht böse sein. Bam, bam. Hm, dann geht mir auch das Skill weg. Ich hab mir nicht geklaut, hast du das Schloss wieder zugemacht? Naja, nee, es war noch nie zu. Ah, das verklärt's. Ja. Aber sie haben auch aufgenommen, dass ich was wegschmeiße, deswegen mach ich das immer wieder schön zu. Naja, gut, jetzt ist es weg. Weil wir ja nicht wissen, wie das Bild ist. Kleinen Grund. Weil, ich erwarte das. Gute Frage. Hm, ich weiß das auch nicht. Ja, ich würde sagen, das kannst du auch in der Aufnahmepause gucken. Weil wir machen jetzt Feierabend. Okay. Oder was meinst du, du? Ja, tschü, du. Okay, dann, Leute, es freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Dann, ja, sammeln wir hier weiter. Und machen den ganzen Mist weiter. Und überhaupt. Und ich ärgere den du weiter. Und ihr habt ja nicht gesehen. Bis dann. Genau, bis zum nächsten Mal. Tschü. Tschü.